Willkommen zurück zu Let's Play Hawks 2 mit mir, Partion LP. Wir schauen uns doch mal schnell die Eileitung hier ein an. Wir haben ihnen gesagt, dass das Geld nicht ein Problem ist. Um den Fall zu überraschen, müssen sie sich der Stadt von Süden durch eine enge gewundene Schlucht nähern. Also, ich habe schon die Höchste. Schön hier durch die Schlucht. Man reviert. Gar nicht so leicht hier. Das ist noch ein längerer Weg. Sorry, war kurz abgelenkt. Es wird dann der Tür geklopft. Wird schön ignoriert von mir. Wieder mal in Überschall kurz. Oh, haben die anderen Flieger? Naja. Das wäre jetzt aber unfair gewesen hier. Ich finde ja persönlich, dass die Musik ein bisschen zu hoch gedreht ist. Moment, denn... Ich habe jetzt alles ein bisschen runter gedreht vom Sound her. Fassball, hier Firebird Leader. Luftunterstützung ist auf Position. Die Kampfdrohnen können den Angriff jetzt starten. Oh, 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 oh. Okay. Perfekt, Firebird Leader. Die Rebellen waren völlig unvorbereitet. Beginn Angriff auf den Fluthafen. Dann holen wir uns den mal. Schön hier gemacht. Zerstören sie die Jäger. Holt die Jäger. Nicht den Jäger. Wachen. Nicht lachen. Ja. Ah, okay. Hier schön feuern. Mal zoomen wir mal runter hier. Sturmtruppen sind unsere, oder? Ja. Was ist eigentlich mit meinem Flugzeug? Das ist eh schön sicher. Runter geholt. Und jetzt noch hier. Hier ist die Airbase. Ich glaube, können wir den so runter holen? Runter holen, der ist ja schon ein Brunner. Komm, komm, komm. Ist noch nicht zerstört, glaube ich. Aber ich fass. Immer noch nicht. Dann fliegen wir mal hoch. Ähm. Ne, wie hat man nochmal? Ah ja, VB. Ja, ich will. Okay. Hier sind noch welche. Schauen wir mal. Ja. Der dürfte auch wechseln jetzt. Okay. Natürlich guter Schuss hier vom Möhr. Was erwartet ihr von, ähm. Die sind auch kein Problem. Mehrere Banditen sammeln sich nördlich des Flughafens. Was machen wir? Öffnen wir eine Lücke für den Angriff der Drohnen. Und vorbestätigt. Wir haben es gehört. One Five. Oh, ja. Jo. Rakete nähert sich schnell. Was? Wo, 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 wo? Die halten aber viel aus. Der fliegt ja noch. Vorsicht Rakete! Flares fest! Da hat man so wenig Flares dabei. Wo ist denn der? Hier. Halten wir jetzt mehr aus? Könnte man fast meinen, hier. Wo ist er denn? Ja, der spielt da ein wenig mit mir. Ja, die halten eindeutig mehr aus jetzt. Wo ist sie denn? Gleich zwei hinterher. Ähm, oh, 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 oh. Ich muss schnell mit der Drohne. Ähm, wo sind die denn? Wo sind denn die Ziele? Hier. 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 Und alle guten Dinge sind drei. Okay, Ziel erfüllt. Perfekt. Wohnziel. Ja, es sind schon wieder Ego hier. Richtung Norden. Ja, Sukhoi 27. Wie ich sie hasse, diese russischen Jets. Ein wenigstens ein bisschen offenere Landschaft jetzt hier. Hierher. Und der nächste. Mal ein bisschen mit der MG, aber treffe ich nicht wirklich. Ach Gott. Einer noch, oder? Einer noch, oder? Oh. Wenn mich die jetzt getroffen hätte. Das hätte ich so unfair gefunden. Ja, müssten wir wieder mal. Ach so, ist deaktiviert. Was sind denn hier jetzt meine Aufgabe? Wir sind für die nächsten Jäger. Ah, hier. Mal ein bisschen abbremsen hier, sonst bekomme ich den nicht. Und wieder Geschwindigkeit aufnehmen. Weg, bitte. Wir haben sie erwischt. Wegbrechen und Ziel für die Drohnen markieren. Und wieder. Hier mit der Drohne. Wo sind denn die jetzt drin? Ja, jetzt habe ich noch weniger Zeit. Hier. Oh. Das sind viele. Hier mal. Hier mal. Hier. Okay, die muss ich eigentlich genauer treffen. Oh, oh. Na komm. Puh. Gerade noch. Ja, ja, ja. Vorsicht, Hunter, diese Typen sind gut. Nur nicht einhängen lassen. Okay. Sind mir die nächsten Flugzeuge hier. Ja, hier. Ja, so gefällt mir das. Na ja, so cold 30 jetzt. Ja. Und ich bin jetzt weg hier. Aber Ziel habe ich auch nicht zerstört. Bei Raketen wenigstens ausgewichen mal fürs Erste. Die ist gut. Der fliegt gut. Die sind gut. Ai, 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 ai. Ah. Ah, mit der MG ist er auch mal weg. Ach, schon die nächste. Ja, ja, das ist stressig hier. Dachte eigentlich, dass das jetzt leichter geht. Okay. Schön zielen. Der muss noch weg. Komm. Was? Was sind da noch übrig? Oh mein Gott. Achtung. Scheiße. Die habe ich übersehen. Jetzt habe ich verloren, oder? Oh, die Mission geht ja weiter. Was haben die denn? Und ich habe keine Rakete mehr übrig. Was ist denn jetzt, mensch? Oh, ho, ho. Komm, Penner. Das ist so eine Scheiß-Mission. Boah. Das war aber nicht legal hier, wie der jetzt da rumfliegt. Nicht die feine Küche. Weg ist er. Nächster. Die Sturmtruppe hat schwere Verluste. Ja, jetzt sind aber noch 10% von der Sturmtruppe hier. Ähm. Komm, 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 komm. Da, hier mal. Hier mal. Ich habe Angst. Hier sind noch welche. Hier. Sonst noch hier ein Tor. Na toll. Geht es jetzt noch weiter? Wiederhole, Flughafen ist... Dachte, ich habe es verloren. Ja. Ich bin schon dabei, bin schon dabei. Kein Stress hier. Schönes Fahrrad rausfahren. Nicht schön gelandet. Dachte, es ist die Landebahn. Und jetzt tankt mich auf. Und repariert ein wenig. Das muss schneller gehen. Sind hier im Krieg? Ähm. Doppelrakete. Ja, passt schon. Okay, gegen mich. Ah, ich sehe schon die Raketen starten hier. Hoho. Ja, jetzt geht's los, auch mit der Mucke. 1-5, ich bin hinter Ihnen. Feuer frei auf Boden. Ziel ist es. Komm, Sie zerstören. Die lässt sich auch scheiße fliegen, wie im Krieg. Wunsch die Erwicht, guter Schuss. Ah, ich hätte... Das ist wichtig, wer hier. Die sind nämlich schon verdammt nah am Flughafen. Hoch hier. Ah, drei Flieger sind eine Einheit hier in dem Spiel. Das ist das Tolle. Das ist super genial. Der US Air Force. Hier hoch rauf. Äh. Jetzt mal hier in die Stadt rein. Hoch. Da kommen ja immer wieder welche. Mann, Mann, das sind viel zu viele. Volltreffer. Ziel zerstört. Schaut mal auf die Karte. Das sind unsere Einheiten. Jetzt schaut mal auf die gelbe. Warum haben die da so viel mehr? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich will es gar nicht verstehen. Das würde mich nur aufregeln. Weil ich eliminiere sie schön langsam alle nacheinander. Aber es hat ja keinen Sinn, dass... Seht mal, wie viele vernichtet sind. Ich habe fast die Hälfte niedergemacht hier. Ja, jetzt geht es mal fix hier. Okay. Okay. Bomben sind natürlich auch nice. Ne, das wollte ich nicht. Okay. Ich will mal ein bisschen mit dem Gera auffeuern. Kann nicht schauen. Ok Wir holen ein nächstes Ziel nächstes Ziel Wir holen ein Jetzt geht es natürlich um, Oh, Jo, Jo Jetzt geht es wieder Schleppbänder Ziel getroffen, der ist erledigt Nächste Ziel, nächstes Ziel, mal ein bisschen Höhe gewinnen wieder. Ah, jetzt sind wir wieder im Gegenzug, weg ist er, das war die letzte, oder? Yes, jetzt hat es funktioniert. In ein paar Stunden ist es dunkel, die Sturmtruppe gräbt sich um den Flughafen ein und wartet auf Verstärkung. Firebird Leader bestätigt Fastball, die sollen sich lieber beeilen. Erkenne feindlich einreichen, die sich im Nauten formieren. Ich habe das Gefühl, das wird eine lange Nacht. Ja, habe ich auch so das Gefühl, yes, Level geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ich bin jetzt überglücklich, einmal nur abgestürzt, nein, nicht mal abgestürzt, nur einmal die Mission gefailt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, euer Patrick.